. Flüuriyoro! 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 Wir haben das durchaus schon in St厘米ann. Deswegen habe ich jetzt einige tolle Aufgaben für den Chor und für Sie, weil der Chor weiß genau so viel von dem Nächsten wie Sie. Sie kennen das Lied alle. Der Chorhaus, ja. Ja, genau. Jedes Gebet, jede Liturgie endet mit einem Wort. Ja, so ist es. Also, Amen. Das ist genau so viel Kampus wie der Chor. Werdet ihr das jetzt gemeinsam singen? Ja, das heißt, den Chor haben wir fairerweise vorher gesagt, ich habe nun gesagt, es ist ein Ängel und weniger Sinn eines zu begleiten. Also, ich bin jetzt gespannt darauf, ich hoffe, es sind ein viel wichtiger Satz zustande, den man sich anhören kann. Aber ich, wir haben Sie nicht gefroht, wir haben auch keine Vorstellung zu dem Arminieren, dass es sich alles jetzt im Laufe des Ihres entwickelt. Und zwar wie der Chor, weil es auch mit Ihres ist. Wir tauchen uns aber auch fest, ab dann ist los mit allem. Wir tauchen uns eben und dass wir gemeinsam mehr Städte mit denen uns auch hervorgehen. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018